Das größte Problem, was ich gehabt habe, da habe ich auch zwei Tage, also das Hauptdinge, das war innerhalb von zwei Stunden implementiert, aber ich hatte dann einen Fehler gehabt, in positiver, nee, in negativer Richtung hat das alles funktioniert, aber in positiver Richtung, sobald ich mich in positiver Richtung bewegt habe, ging das gar nicht mehr, da bin ich durch die Wände geklitscht, bin ich wie ein Pingpong hin und her gesprungen. Ja, das kommt mir bekannt vor, deshalb ist mir die Fallunterscheidung vorhin so bekannt vorgekommen, weil ich erinnere mich, dass es in einer Richtung geklappt hat, in der anderen Richtung nicht, deswegen ist das ja so ein Drama. Und der Fehler war eigentlich ganz simpel gewesen, das ist ja das, was einen zu ärgert. Naja, jetzt funktioniert es erstmal. Sehr gut, sehr, sehr geil, das ist schon mal ziemlich cool. Okay, dann werde ich das jetzt mal, ist das für jeden klar gewesen eigentlich, was wir da jetzt gerade machen? Julian könnte mal sagen, ob er damit relativ zufrieden ist. Gut, der wird ähnliche Kritikpunkte anbringen wie ich, so Sachen wie Schrägen taugen nichts, jetzt machen wir das schon mit Planes, aber die funktionieren noch nicht. Wie wird der jetzt sagen? Bestimmt, ja. Ist wahrscheinlich. Okay, also. Klima hat er geschrieben. Klima? Achso, ah, da, stimmt. Ah, sehr schön, Julian, hat die Klimamap noch angepasst. Wir hatten ja das Problem, dass wir eigentlich immer im Negativbereich waren, was die Temperatur angeht. Ja, ja, ich habe auch nie eine Welt hinbekommen, die grün war. Ja, ich auch nicht. Okay, aber wir haben ja den Schnee irgendwann eingeführt und ersetzt aktiv. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Moment noch einen Einfluss hat, ob die Map-Generatoren den Schnee überhaupt richtig einsetzen. Ich habe keine Ahnung. Ah, Andi sagt ja auch gerade schon, es gibt übrigens, Visual Studio sagt, es gibt Warnungen, wenn man Floats mit Gleich-Gleich überprüft. Hat es aber in meinem Fall nicht getan, muss ich sagen. Ich glaube, der Runde dann auch wirklich selber, kann das sein irgendwann? Ja, nicht, dass ich wüsste. Also, es gibt, ähm, ne, eine Gleich-Gleich-Operation hat kein Epsilon. Also, das würde mich wundern. Oh, ich bin da auch nicht. Float, hat das sowas wie ein Epsilon? Es gibt aber ein Epsilon. Ah. Oh, ja, guck mal. Ich sehe es noch nicht. Äh, Float, also die Klasse Float, beziehungsweise der Destruct Float hat ein, eine Eigenschaft Epsilon, eine konstante Epsilon. Ähm, aber das ist nur die kleinste mögliche Einheit. Mögliche. Ja. Die es gibt. Ja, das heißt aber nicht, dass das, ähm, automatisch gerundet wird. Das heißt, nur damit kann ich die, die feinste Einheit, Rundungseinheit sehen. Wo das, äh, ist gleich, ist gleich dort funktioniert, weil, wenn es Null ist, setze ich die definiert auf Null. Und dann ist es auch Null. Ja, richtig. Und dadurch kann ich das auch dort überprüfen. Wenn ich jetzt irgendwas 2,5 oder sowas überprüfen würde, dann würde ich Recht geben, würde es nicht funktionieren. Aber Null ist so ein Sonderfall, der unter Umständen funktionieren kann. Ich glaube, der ist sogar als Spezialform im Float implementiert, sogar. Null hat doch sogar, ja. Deswegen funktioniert es auch. Ja. Na, wie auch immer. Aber ich, ach, das sind dann so die, die, die Feinheiten der ganzen Sache. Also, so im Endeffekt habe ich es geschafft, dass wir keinen Gap mehr haben in der ganzen Geschichte. Oh, richtig. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Aber warum? Wir haben keinen, weil ich die Bewegungsgeschwindigkeit verändere. Und dadurch passt das. Also, ich bewege nicht den, ähm, durch die Abprüfung, dadurch, dass ich die Bewegungsgeschwindigkeit nehme, stoße ich genau an die Position, wo quasi der Block ist und dann überprüfe ich immer weit. Und dann ist aber die Geschwindigkeit schon Null. Aber das haben wir doch bei uns auch gemacht. Und dadurch wird dieser Fall nie wieder abgeprüft. Ja, aber das haben wir doch bei uns auch gemacht. Aber du hast den Player bewegt gehabt und ich bewege den Player erst hinterher. Na, ich hatte eine, eine zusätzliche Variable, die Move-Variable und die setze ich erst am Ende. Aber du hast den Player dann immer wieder zurückgesetzt um diesen Gap. Ja. Weil ich, dadurch, dass wir den Move-Vektor, also im Prinzip, äh, Move war ja für mich nur, äh, die, der Additionsvektor, der nachher auf die Position draufkommt. Also, effektiv habe ich tatsächlich den Player sofort gesetzt. Nur, dass ich halt, ja, das... Ach nee, halt, halt, halt. Die Begründung war falsch. Bei Check Distance, wo ich die Distanz... Ah, da rollst du. Mhm, okay. Und da, und die ist halt so, die funktioniert halt so, dass es halt schafft, auch, äh, genau gleiche Positionen zu finden, also zu überprüfen. Irgendwie. Irgendwie. Es funktioniert, das ist alles schick, so. Es, 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 es irritiert mich ein bisschen, weil, äh, du hast genau diese hässlichen Probleme nicht, obwohl du sie eigentlich haben müsstest, weil du mathematisch ja auch nicht viel anders machst als ich. Also, gerade was dieses Zurücksetzen und Korrigieren der, der Bewegungsvektoren und so angeht. Also, eigentlich machst du es nicht anders, als ich das gemacht habe, nur, dass du jetzt nicht diese Probleme hast. Wenn du dann der... Das irritiert mich ein bisschen. Ich traue der Sache nicht. Also, es freut mich natürlich, dass es geht, aber... Es ist, es ist jetzt eine verdammt gute Frage, wo dann das entscheidende Knackpunkt ist, dass es funktioniert ohne. Ich hatte auch Angst gehabt, dass ich den einsetzen muss, das wäre so ein bisschen die Hölle gewesen. Ja, war sie für mich auch. Das, das war so das Ziel gewesen, ja, kein Gap einsetzen. Ich finde es großartig, dass das ohne geht. Aber ich kann dir nicht erklären, warum. Also, ich würde meinen, dass... Also, ich prinzipiell empfehle beim... Das war ja das Problem, dass ich bei der positiven Bewegung, da bin ich ja immer so hin und her gepunktet und bin ich auch durchgeglitscht. Und das liegt genau bei Check Distance an der Zeile 256, dass ich diesen Sonderfall nicht abprüfe. Ach, okay. Ob eine der Komponenten Null ist. Und die verhindert auf jeden Fall, dass ich in positiver Richtung durchglitsche. Ach so, ja, natürlich, weil du bei der Fallunterscheidung eben den exakt Nullfall nicht hast. Genau, und vorher... Ich krieg aber die... Ja. Aber ich setze diese Bewegungskomponenten dann irgendwann auf exakt Null. Und dadurch funktioniert das halt. Ja gut, ja gut. Dann ist alles... Ich glaube das jetzt einfach mal. Ich kann mir ja auch bei meiner Lösung nicht wirklich erklären, warum ich diesen Gap überhaupt brauche. Also, von mir... Ich kann es nicht genau erklären, warum der jetzt auf einmal wegfällt. Allein die Rundung kann es nicht sein, weil Flood wird halt gerundet. Daran kann es nicht liegen, dass ich den nicht brauche. Ja. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich öfters die Werte auf exakte Nullwerte setze. Und dadurch der halt auch exakte Prüfungen machen kann. Stimmt, das mache ich nicht. Ich verlasse mich darauf, dass Additionen und Divisionen und Blablabla-Sessionen immer auf Null landen. Stimmt. Stimmt. Okay, alles klar. Gut. Gut, damit kann ich mich anfangen. In die kurze Zeit ist genau gesagt infinitissimal klein. Ach, das ist so ein schönes Wort. Infinitissimal? Sagt man das so? Das sagt man so, ja. Ist das das deutsche Wort von Infinite? Krass. Okay. Ich dachte, man sagt es unendlich klein einfach. Das ist der deutsche Begriff, ne, unendlich klein, das ist so ein bisschen, das ist nicht wirklich genau genug, glaube ich. Da gab es so infinitissimal klein. Also prinzipiell würde diese Methode, wenn ich dann noch schrägen implementiere, wenn die Flächen noch infinitissimal klein wären, dann würde das prinzipiell auf jeden beliebigen Körper funktionieren, wenn ich schrägen implementiere. Ja. Tja, dann. Aber das steht noch drin. Schade. Ja, aber die schrägen würden ja zum Beispiel auch die Player-Rotation, was du ja vorhin schon angesprochen hast. Das ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich berücksichtigt. Genau. Genau, mit dem Wauzi dann und so weiter. Und wenn der dann drin ist, dann denke ich, gehe ich das auf jeden Fall an. Ja, sehr schön. Okay, dann merchen wir das jetzt mal rüber in den Master und sagen uns, schuldige runterklopfen, dass wir jetzt eine solidere Kollision haben. Haben wir eine solidere Kollision? Also effektiv kann es im Moment nicht mehr als die vorherige. Ach, und vielleicht noch mal ein Punkt zur Performance. Ich habe deine Performance mal vorher getestet gehabt. Also millisekundenmäßig ist das, es war deine auch sehr performant. Aber ich habe es nochmal mit Ticks gemacht. Also in günstigen Fällen bin ich ungefähr die Hälfte, da tickt es schneller. Ja, geil. Okay, das ist doch ein guter Grund, das einzustellen. Auf jeden Fall schon mal. Und vor allem, weil du halt jetzt die Perspektive mitbringst, dass wir auch mit Schrägen arbeiten können. Das konnte meine ja Pessi gar nicht. Und also meine hat halt ein paar Defizite gehabt. Eben genau Schrägen oder auch zwei sich bewegende Körper. Aber das ist bei deiner dann auch ein bisschen smarter gelöst. Also alles in allem, wer sich jetzt fragt, warum wir jetzt eine Veränderung haben, genau aus den Gründen, dass wir einfach ein bisschen flexibler sind mit den Möglichkeiten, die wir dann nachher haben. Sehr schön, ja dann. Sehr schön. Finde ich das gut, soweit das jetzt funktioniert. Also der Masterplan, ich merge das jetzt in den Master. Versuche das wieder rüber zu mergen in die NPC-Sache, damit du dann quasi auch mal ein bisschen checken kannst mit Wauzi. Damit die beiden... Ja, so kannst du das auch mal bei mir machen. Aber wenn du es machst, ist es wenigstens überall schon da. Ja, und ich spare mir dann halt vor allem den Merch nachher wieder zurück. Also ich habe so ein bisschen Angst vor dem Merch der KI rüber in das Masterprojekt, vor allem weil deine Erinnerungen drin sind und die von Julian, die wir jetzt gleich noch machen werden, die werden ja auch nochmal ziemlich krass. Das ist dann die KI, da wird er wahrscheinlich nur meckern, dass hier was drin ist und dort fehlt. Die Coalitionplanes sind komplett neu. Das andere habe ich nicht angerührt. Also du dürftest eigentlich nur beim Actorhost sagen, dass hier noch was ist und dort was fehlt. Der in Actorhost gibt es ja nicht mehr. Den habe ich ja gelöscht. Siehst du, der Melder sagte halt, dass der Actorhost neu kommen muss und dann ist das eigentlich alles ganz einfach. Dein Wort in Gottes Ohr heißt es, gell? Du kannst natürlich auch vorher ein Rebase bei den NPC machen und dadurch würdest du schon vorher bei NPC merchen und dann erst das fertig gemurtschte wieder rüberschieben. Da brauchst du es nicht alles im Master hin und her schieben. Ja, das war der Plan. Also weil ich ja mit NPCs auch noch nicht fertig bin. Ich hätte aber deine Erinnerungen schon gerne drüben. Also so werde ich es machen. Ich werde es jetzt nicht zurück, nicht alles auf Master merchen, sondern ich hole mir erst mal die Sachen rüber. Siehst du, naja, dann würdest du das alles doch. Trotzdem gibt es dort kein Actorhost mehr. Also das kann ja trotzdem noch spannend werden. Na, da sagt er halt. Ach, muss man mal machen. Ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr wohl. Okay, sehr schön. Okay, dann mache ich den Merch jetzt mal. Bedanke mich recht herzlich für deine Mühen. War das jetzt eine Stunde? Ja, nicht zu danken. Ja, ja, wir haben gequatscht. Aber es war auch notwendig, weil Kollision ist eines der komplexeren Themen in unserem Ding, weshalb das jetzt schon wichtig war. Und das ist natürlich auch die Frage, es hat niemand darauf geantwortet, als ich gefragt habe, habt ihr das alle begriffen? Das wäre cool, weil so ganz ohne Zeichnung, ich kenne das Verfahren, deshalb ist das für mich jetzt nachvollziehbar gewesen, aber es kann so ganz ohne räumliche Skizzen und so, ist das schon ein bisschen schwer, glaube ich, nachzuvollziehen, was du da gerade gemacht hast. Vielleicht, wenn Bedarf ist, kann man es ja nochmal nachholen. Dann musst du zeichnen. Ja, deswegen war jetzt die Frage an alle, die zuschauen. Ich weiß zwar, dass Markus ab und zu bei Mainstreams ausscheidet, weil er macht, aber ja. Okay, alles klar. Also ich kriege jetzt hier immerhin schon mal bei Twitch die Nachricht, jep, macht alles Sinn. Sehr gut, das freut mich. Weil ich habe bei sowas halt immer so ein bisschen Angst. Deshalb zeichne ich es so gerne, weil ich mir immer ein bisschen schwer tue, solche Sachen nur mit Worten zu beschreiben. Also Geometrie ist immer schwierig. Und es bietet sich ja an. Malen ist ja eine sehr schöne Art und Weise, solche Sachen darzustellen. Passt schon. Markus sagt, passt schon. Ist Markus die Referenz für die Verständnismöglichkeit von Komplexen? Sag ich mal, NoobDev gedönst, das ist so ein offener Standard geworden. So schlimm. Ich verpasse es immer. Nee, gar nicht. Sehr empfehlenswert. Also letzten Sonntag wieder, wunderbar. Ja, ich war ja nicht da. Mit grübem Schaf. Kann man wirklich noch viel lernen? Also gerade, wenn so Leute holen, die Ahnung von was haben. Sehr gut. Ja, das war ja auch das geilste Konzept überhaupt. Und das Quatschen und so, das finde ich toll. Ich habe ja schon versprochen, dass ich da mal vorbeischau. Letzten Sonntag habe ich nur ganz kurz reingeschaut und Jo gesagt. Aber ich werde da auf jeden Fall mal vorbeischauen und keine Ahnung, irgendwas Absurdes erzählen. Wer weiß schon. Mal schauen. Sehr gut. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, schaffen wir das noch hier mit dem Merchen? Ich habe ja noch ein paar Änderungen gemacht, glaube ich. Was habe ich denn für Änderungen gemacht? Ich habe Kommentare eingefügt, glaube ich. Ach, dann Merch einfach und das wird schon klappen. Ah, ich habe Kollisionen. Ja, ich sehe nur Kommentare. Kommentare ergänzt. So. So, dann merchen wir das mal rüber. Da haben wir ja diesen großartigen Branch Manager. Warte, wie war das? Merch from, nein, da. Merch from. Kollision to Master. Ich gebe der Sache noch ein paar Sekunden, weil ich immer so ein bisschen den Double-Check von meinem Chat brauche, was ich jetzt hier alles richtig mache. Ich glaube, das bei Beam stimmt auch nicht. Du steht ja immer drunter, wie weit man dem Stream hinterher hängt. Aber das sind keine 14 Sekunden. Das ist definitiv mehr gerade. Ähm, das sind ja 14 Sekunden im Puffer. Plus den eigentlichen Delay. Und dann noch. Das ist auch noch nicht das Wahre. Nee, nee, ähm, aber stabiler ist das auf jeden Fall. Beam scheint stabiler zu sein, was das angeht. Das auf jeden Fall. Ich drücke jetzt hier einfach auf Merch. Keiner mozt hier, also mache ich das jetzt einfach. Already up to date, sagt es jetzt. Siehst du, ist doch alles in Ordnung. Das ergibt doch keinen Sinn. Oder hat das schon jemand gemercht von euch? Ah, und Restream, sagt Julian. Müssen wir auch noch mitzählen. Das stimmt. Das ist natürlich absolut richtig. Ähm, wieso ist es up to date? Das ergibt keinen Sinn. Das kann eigentlich nicht sein. Hast du gerade gemercht? Ich habe versucht zu merchen und der Merch sagte up to date. Also nochmal. Merch from. Achso, Merch from. Also, Merch from Collision into Current Branch. eigentlich Master. Muss ich hier erst, muss ich jetzt hier rüber. Ja, mein Fehler. Ich muss erst auf Master. So, jetzt, jetzt sei alles gut. Gut. Also, nochmal Merch. Updated to, oh Gott. Ich, ähm, ich, ähm, ich, ähm, ich tu mir ja immer noch schwer bei der ganzen Sache hier. Rebuild. So, wir sind jetzt auf dem Master Branch. Der Actor Host verfügt über deine neue Kollision. Und, ja, alles gut. Okay, ich glaube, den Match haben wir, den haben wir ordentlich hingekriegt. Naja, ich hab's ja auch erst am Samstag gemacht, also. Ja, am Master ist ja auch. So viel könnte ja noch nicht schief. Ja, du bist ja immer noch. So viel könnte ja nicht schief gehen. Am, am Master hat sich eh nicht viel getan, weil ich hab ja die letzten drei Streams quasi im, äh, Dingenswomens, äh, in einem anderen Branch gearbeitet. So, Temperaturen sind immer noch Minus. So, jetzt weiß ich nicht genau, was uns der Julian sagen wollte. Da hätte sich wohl angeblich was geändert. Temperaturabhängige Bäume. Im Master haben wir noch Temperaturabhängige Bäume. Ach so, haben wir noch. Ach, die sind neu, stimmt. Da war was. Also allgemein muss man was an der Temperatur machen, als wenn du jetzt so über den See läufst und die Temperatur, äh, plus, minus, zwei Grad gehen. Das ist schon ein bisschen heftig. Hm, das ist ja durchaus möglich. Durchaus möglich, aber es ist ein bisschen... Hm. Und ne, ist ne Höhenabhängigkeit? Ne, Höhenabhängigkeit ist noch nicht drin, ne? Das ist eigentlich absurd, weil das ist ja, das ist realistischer als die drei Meter links, drei Meter rechts. Wo, wo das mit der Höhenabhängigkeit auch wieder das Problem ist, eigentlich ist ja nicht die Höhe, die das kalt macht, sondern dass so wenig Objekte in der Nähe sind, wo einfach die, äh, die Lichtstrahlen absorbiert werden. Dadurch wird sie erst warm. Und dadurch ist es am Gipfel kalt, weil dort kein wenig Fläche ist. Und eigentlich müsste man das abprüfen. Wie viel Fläche ist gerade in der Nähe? Kannst du, kannst du dich da mit Patrick abstimmen? Weil der hat da ganz andere, wilde Ideen noch, wie man das alles so realistisch wie möglich machen kann. Dagegen. Ja, das ist... Okay. Das kann er gerne mal. Hier ist nur Schnee. Der ist nur Schnee. Ne, ne, das passt schon. Okay, gut. Also, dann würde ich sagen, wir haben erfolgreich die neue Kollision reingemergt. Lived. Sehr gut. Also auch an alle, die jetzt mal ein bisschen in den Masterbranch rum, versucht Fehler zu finden, versucht irgendwie zu identifizieren, ob es Probleme gibt. Ich bin eine ganze Weile rumgelaufen in der Welt, ich konnte keine feststellen. Lass sie ganz offensichtlich auch nicht. Also bitte testet alle. Ja. Es kann noch den einen oder anderen Fall geben, wo es eventuell nicht so gut klappt. Schön formuliert. Wo es zu Komplikationen kommen könnte. Wer weiß ja schon. Aber ich verstehe auf jeden Fall jetzt viele Spiele, wo einfach, wenn man dort kollidiert und auf einmal springt, das ganze Ding hoch. Ja. Das kann ich voll und ganz mittlerweile verstehen, woher der Fehler kommt. Der Klassiker, die Mammuts in Skyrim. Das ist immer wieder mein absolutes Lieblingsobjekt. Stimmt hier. Die laufen rum und dann drehten sie auf ein Ästchen und dann macht es foing und dann sind die weg und dann verschwinden die im Himmel und zehn Minuten später hat die Gravitation zugeschlagen und die fallen neben dir ins Gras. Ja, genau so. Also wenn es Mammuts regnet in Skyrim, ist es immer wieder geil. Genau so ist es hier auch. Ja. Schön. Gut, dann mache ich jetzt Platz. Passt schon. Ich weiß gar nicht, ob Julia noch am Start. Oh, der schreibt ja regelmäßig. Das passt, also er ist da. Sehr gut. Wunderbar. Dann herzlichen, herzlichen Dank. Nicht zu danken, nicht zu danken. Ich emerge das rüber in den NPC-Branch. Also bei Gelegenheit, wenn wir fertig sind mit Julians Zeug noch. Und dann, ja, können wir da auch gleich mal mit Wauzi angehen. Und da freue ich mich richtig drauf. Also die Item-to-Item-Collision. Beziehungsweise, ja gut, Schrägen finde ich jetzt noch nicht so akut, aber Item-Item finde ich cool. Sag ich mal erstmal Wauzi-to-Wauzi und dann... Können wir das auch so nennen? Also der Branche, der Wauzi-to-Wauzi-Collision-Branch. Feature slash Collision slash Wauzi-to-Wauzi. Ja, warum nicht? Wauzi-to-Wauzi-Collision. Ja, dabei sind doch Hundekämpfe gar nicht so erlaubt. Da müssen wir ja aufpassen. Das ist ganz normal. Hinterher kommt dann, wenn wir das Spiel beenden, bei dieser Produktion ist kein Tier zu Schaden gekommen. Kein Wauzi. Das müssen wir konkretisieren. Ach, wie geil. Der Inter, wow. Aber andere Schreibweise, Inter. Bist du das immer noch? Ach so, andere Plattformen natürlich auch. Live-Coding-TV versus Beam. Dann ist das unser Inter. Sehr schön. Freut mich, dass du da bist. Okay, also dann. Dann klingt sich lass jetzt auch aus. Wie gesagt, herzlichen, herzlichen Dank. Und ich denke, wir hören voneinander. Ich denke auch. Die Welt ist klein. Ach, es ist so schön. So schön. Und wir haben endlich eine ordentliche Kollision. Ich bin so froh. Und dass ich mich damit auch nicht auseinandersetzen muss. Ah. Das ist. Man muss nicht die richtigen Leute kennen. Deswegen. Ich erinnere mich an die Anfangszeit, wo du im Chat warst. Und ich dachte so. Aha. Ja, klugscheißer. Ganz toll. Weil du immer irgendwie gesagt hast. Ja, das ist die falsche Formel. Und schreib mal anders. Und ich so. Aha, ja, ja, ja. Und dann dachte ich. Okay, jetzt hole ich einen Rat dazu. Und dann quasi das erste Mal gequatscht. Und zack. Schon eine ordentliche. Du hast ja damals diese Energiegeschichte mit dem Hüpfen und so gemacht. Das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe. Yes, gut. Sehr gut. Die richtigen Leute reinholen. Und ich. Wurde auch noch ein Update in Planung ist. Ja, aber da kommen ja eh noch so ein paar Sachen dazu, glaube ich. Also gerade. Ich denke auch. Ja, ja, ja. Gerade Item-Item-Kollision, da ist der Energiefaktor nochmal wichtig. Ich würde, wenn ich dich jetzt gerade mal am Telefon habe noch. Oh Gott. Na, ne, ne, Kleinigkeit. Achso, jetzt ist ein falschen Branch offen. Ich habe ja angefangen, den ganzen Physikkram auseinanderzunehmen und in die Entitäten direkt reinzumachen. Ja, ja. Ich würde die einzelnen Arbeitsschritte gerne ordentlich trennen, sodass man dann mit Methoden wie Apply Gravity, Apply Bla, Apply Blub die ganze Sache separat und schön strukturiert aufrufen kann, damit wir die einzelnen, ja, Schritte im Prinzip in unterschiedliche Entitäten Vererbungsebenen implementieren können. Weil im Moment ist es ja alles in einem. Und das ist gerade aktuell ein bisschen schwierig. Irgendwas war da, was ich da eigentlich gar nicht drin haben wollte. Der On-Ground. Ne, nicht On-Ground. Der Fly-Mode zum Beispiel. Dass man quasi die Gravity deaktiviert, aber der Fly-Mode eigentlich erst ein Property vom Player ist und nicht von irgendwas unten drunter, sodass man dann irgendwie im Vorfeld die Möglichkeit hat. Solche Sachen. Also, dass wir das sinnvoll auseinandernehmen. Und ja, ich hangel mich da durch. Die Sachen sind ja eigentlich selbsterklärend. Aber für den Fall, dass ich irgendwas mache, da brauche ich deinen Nein-Tom-Nein-Kommentar im Chat. Die Sachen sind ja eigentlich selbsterklärend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020